He doesn't mind living above a discotheque. Die Disco. Disco. Warum gehen wir heute Abend nicht in die Disco? Why don't we go to the Disco tonight? Die Abendgesellschaft. Dinner Party. Sie servierten auf ihrer Abendgesellschaft ein köstliches Essen. They served a delicious meal at the dinner party. Die Show. Show. Versäumen Sie nicht eine der tollen Shows in Las Vegas. Don't miss one of the great shows in Las Vegas. Amusant. Amusing. Wir haben einen recht amüsanten Film im Fernsehen gesehen. You watch quite an amusing film on TV. Jemanden zum Lachen bringen. To make somebody laugh. Tony ist mein bester Freund. Er bringt mich ständig zum Lachen. Tony ist mein bester Freund. Er macht mich immer lachen. Sich über jemanden lustig machen. Jane hasst es, wenn sich Leute über sie lustig machen. Jan hates it when people make fun of her. Der Scherz. Der Witz. Joke. Wir merkten zu spät, dass er nur einen Scherz gemacht hatte. Wir merkten zu spät, dass er nur einen Scherz gemacht hatte. Scherzen. Joke. Sei nicht beleidigt. Er scherzt nur. Don't be offended. He's just joking. Witzig. Funny. Carrie ist so witzig, dass sie jeden zum Lachen bringt. Carrie is so funny, that she makes everybody laugh. Zum Spaß. For fun. Zum Spaß gingen wir alle in Faschingskostümen. We all went in fancy dress, just for fun. Das Gelächter. Laughter. Wir hörten lautes Gelächter aus der Wohnung nebenan. We heard loud laughter coming from the flat next door. Der Nachtclub. Nightclub. Hast du Lust, den neuen Nachtclub auszutesten? Would you like to check out that new nightclub? Die Bar. Bar. Wir hängen bis 4 Uhr morgens in dieser Bar ab. We hang out in that bar until 4 in the morning. Der Sport. Die Sportart. Sport. Baseball ist ein Sport, der in Europa nicht sehr bekannt ist. Baseball ist ein Sport, der in Europa nicht sehr bekannt ist. Sport treiben. To do Sport. Mick trägt viel Sport, um fit zu bleiben. Mick does a lot of sport to keep fit. Trainieren. Train. Spitzensportler trainieren mehrere Stunden am Tag. Top Athletes train for several hours a day. Rennen. Laufen. Run. Wie schnell kann ein Weltklasse-Sprinter laufen? How fast kann ein Weltklasse-Sprinter run? Das Rennen. Der Lauf. Race. Ich bin im ersten Rennen gestartet, habe aber nicht gewonnen. I competed in the first race, but didn't win. Langsam. Slow. Mel dachte, er würde das Rennen gewinnen, aber er war zu langsam. Mel thought he would win the race, but he was too slow. Langsam. Slow. Bitte in 600 Meter rechts abbiegen und der B 47 folgen in Richtung A 67. Too slowly. Schnell. Fast. Sie ist eine schnelle, aber vorsichtige Fahrerin. Sie ist fast. Nein, wieder. Bitte in 900 Metern rechts abfahren in Richtung Gewerbegebiet Benzheim-Südwest. Die Turnhalle. Die Sporthalle. Gym. Die Turnhalle ist wegen Renovierung geschlossen. The gym is closed due to renovations. Der Spieler. Die Spielerin. Player. Beim Rugby sind 13 oder 15 Spieler in einer Mannschaft. In Rugby there are 30. Jetzt rechts abfahren und danach links abbiegen. Ball. Beim American Football ist der Ball nicht rund, sondern oval. In American Football, the ball is not round, but oval. Werfen. Jetzt links abbiegen. Der Torwart ist der einzige Spieler, der den Ball werfen darf. The goalkeeper is the only player allowed to throw the ball. Fangen. Catch. Beim Volleyball ist es nicht gestattet, den Ball zu fangen. In Volleyball, you are not allowed to catch the ball. Fußball. Football. Soccer. Football is the most popular sport in Europe and South America. Football is the most popular sport in Europe and South America. My grandmother used to watch all sorts of winter sports on TV. Skis. Der Ski. Ski. Skier wurden zum ersten Mal im Norwegen benutzt. Skis were first used in Norway. Skilaufen. Wir gehen immer zu Ostern, Skilaufen. We always go skiing at Eastern. Schlittenfahren. To go sledging. To go sledding. Demnächst rechts abfahren. Ich muss in die Berge fahren, um Schlitten zu fahren. I have to drive into the mountains to go sledging. Schwimmen. Swim. Man braucht neun Stunden, um durch den Ärmelkanal zu schwimmen. It takes nine hours. Bitte in 1000 Metern rechts abfahren auf die A67 in Richtung Mannheim. Ben arbeitet als Bademeister im Schwimmbad. Dan works as a lifeguard at the swimming pool. Reiten. Ride. Im Derby reiten die Jockeys drei Jahre alte Pferde. In the Derby. Jetzt rechts abfahren und danach links fahren. Hike. Adam plant eine ausgedehnte Wanderung durch die südlichen Alpen. Adam is planning an extended hike through the Southern Alps. Der Aufstieg. Ascent. Der Aufstieg war anstrengend und ein wenig gefährlich. The Ascent was exhausting and somewhat dangerous. Bergsteigen gehen. To go climbing. Graham geht bergsteigen, wann immer er die Zeit dazu findet. Graham goes climbing whenever he finds the time. Das Spiel. Jetzt links fahren. Ihr Quarterback wurde in der ersten Hälfte des Spiels verletzt. Their Quarterback was injured during the first half of the game. Das Spiel. Bitte 11 Kilometer der A67 folgen. Chelsea und Arsenal angesehen. We watched the match between Chelsea and Arsenal. Der Wettkampf. Der Wettbewerb. Der Wettbewerb. Dev hat einen Wettkampf gewonnen und 50 Pfund bekommen. Dev won a competition and got 50 Pounds. Der Teilnehmer. Die Teilnehmerin. Competitor. Über 200 Teilnehmer nahmen an dem Wettkampfteil. Über 200 Competitors took part in the competition. Der Sieg. Victory. Wir feierten den Sieg von Arsenal mit einem Glas Sekt. We celebrated Arsenal's victory with a glass of Champagne. Der Sieger. Die Siegerin. Winner. Der Gewinner erhielt eine Goldmedaille. Der Gewinner erhielt eine Goldmedaille. Siegen. Gewinnen. Win. Sie siegte im Halbfinale, doch wurde im Finale nur Dritte. Sie won in the Semifinal, but only came third in the Final. Die Niederlage. Defeat. Das kanadische Team erlitt eine 5 zu 4 Niederlage gegen Russland. The Canadian Team suffered a 5-4 Defeat against Russia. Der Verlierer. Die Verliererin. Loser. Der Verlierer wird einen großen Preis erhalten. The loser will get a Consolation Prize. Verlieren. Lose. Schottland hat 3 zu 4 gegen Wirland verloren. Scotland lost 3-4 to Ireland. Der Start. Start. Der deutsche Sprinter übernahm gleich nach dem Start die Führung. The German Sprinter took the lead right after the start. Das Ziel. Finish. Der südafrikanische Läufer führte vom Start bis ins Ziel. The South African runner led from start to finish. Der Gegner. Die Gegnerin. Opponent. Obwohl sein Gegner viel stärker aussah, gewann Ali den Kampf. Ali won the fight, even though his opponent looked much stronger. Fair. Fair. Ich finde, der Schiedsrichter war nicht allzu fair. I don't think the referee was very fair. Berühmt. Famous. Pelé ist wahrscheinlich der berühmteste Fußballer der Welt. Pelé is probably the most famous football player in the world. Der Sportler. Die Sportler. Raffling. Stuntmen müssen gute Sportler sein. Stuntmen müssen gute Athleten sein. Sportlich. Athletisch. In seiner Jugend war Donald ziemlich sportlich. Donald war ziemlich athletisch in his youth. Das Training. Training. Amir gewann. Amir gewann den Kampf nach Wochen harten Trainings. Amir won the fight after weeks of hard training. Das Training. Practice. Nur die, die zum Training erscheinen, werden am Samstag spielen. Das neue Stadion wurde mit einem Festakt eröffnet. Demnächst an der Ausfahrt, vier Heime, Dreieck rechts abfahren. Eine Mannschaft sollte mehr sein als die Summe ihrer Mitglieder. A team should be more than the sum of its members. Nach 10 Stunden Arbeit am Computer brauchte ich etwas Bewegung. Nach 10 Stunden Arbeit am Computer brauchte ich etwas Bewegung. Die Fitness. Bitte in 1200 Metern an der Ausfahrt, vier Heime, Dreieck rechts abfahren und der A6 folgen in Richtung Saarbrücken. Fit. Molly hält sich durch tägliches Joggen fit. Molly keeps fit by jogging every day. Die Ausdauer. Endurance. Ich jogge jeden Tag um meine Ausdauer zu trainieren. Jetzt rechts abfahren. Prove my endurance. Springen. Jump. Springpferde müssen über hohe Zäune springen können. Showjumpers must be able to jump over high fences. Hüpfen. Hopp. Bitte acht Kilometer der A6 folgen. Sportfeld. The rabbits are hopping across the sports ground. Das Tor. Go. Unsere Mannschaft gewann das Fußballspiel mit 3 zu 1 Toren. Our team won the football match by three girls to one. Das Spielfeld. Field. Wütende Fans warfen Toilettenpapierrollen aufs Spielfeld. Some angry fans threw toilet rolls onto the field. Das Joggen. Jogging. Mit 40 fing Gale mit dem Joggen dran. Gale started jogging at the age of 40. Leichtathletik. Athletics. Track and Field. Leichtathletik ist eine der populärsten olympischen Disziplinen. Athletics is one of the most popular olympic disciplines. Als Kind machte Randy Leichtathletik. Randy did track and field when he was a child. Volleyball. Volleyball. Beth is good in Volleyball, obwohl sie eher klein ist. Beth is good at Volleyball, even though she is rather short. Basketball. Basketball. Mario spielt Basketball seit er 14 ist. Mario has been playing Basketball since he was 14. Handball. Handball. Handball is a dangerous sport. Handball is a dangerous sport. Golf. Golf. Mein Mann ist Golf spielen gegangen. Mein Mann ist Golf spielen gegangen. Tennis. Tennis. Man kann Tennis drinnen und draußen spielen. You can play Tennis indoors and outdoors. Der Schläger. Racket. Matthew benutzte seinen neuen Schläger im Spiel. Matthew used his new racket in the match. Hockey. Hockey. Field hockey. Hockey. Alec spielt zweimal in der Woche Hockey. Alec plays Hockey twice a week. Hockey is in Pakistan und Indien recht populär. Field hockey is quite popular in Pakistan and India. Eishockey. Eishockey. Hockey. Eishockey is the official national sprint. Demnächst an der Ausfahrt von Heinsandhof rechts abfahren. Sport in Canada. In Canada begannen die Frauen um 1900 Eishockey zu spielen. In Canada, women started playing hockey around 1900. Segel. Sailing. In Großbritannien wurde Segel 1660 als Sportfahrt eingeführt. Sailing is a sport was introduced in Britain in 1660. Tauchen. Diving. Tauchen ist seine liebste Freizeitbeschäftigung. Diving is his favorite pass time. Surfen. Bete in 1100 Metern an der Ausfahrt Mannheim Sandhof rechts abfahren und der B44 folgen in Richtung Mannheim Sandhof. Every day. Das Freiklettern ist besser, als in der Kletterhalle zu klettern. Jetzt rechts abfahren und danach links fahren. To score a goal. Collins war der beste Spieler. Er hat vier Tore geschossen. Collins war der beste Spieler. Er hat vier Tore geschossen. Das Endspiel. Das Finale. Jetzt links fahren und danach rechts fahren. Liverpool played Milan in the final and won. Die Weltmeisterschaft. Jetzt rechts fahren. Sieben fand in Osaka, Japan statt. The 2007 World Championship took place in Osaka, Japan. Die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft. World Cup. Wer glaubst du wird die nächste Weltmeisterschaft gewinnen? Wer wird die nächste Weltmeisterschaft gewinnen? Die Olympischen Spiele. Olympic Games. Die Olympischen Spiele wurden im Jahr 2000 in Sydney abgehalten. Die Medaille. Die Medaille. Sie hat bei den Spielen vier Medaillen gewonnen. Sie hat vier Medaillen gewonnen. Der Preis. Der Gewinn. Preis. Neil gewann den ersten Preis im Weitsprung. Neil won first prize in the long jump. Sie mussten sich den Gewinn teilen. They had to share the prize. Der Schiedsrichter. Die Schiedsrichterin. Referee. Der Schiedsrichter stellte den Torwart vom Platz. The goalkeeper was sent off by the referee. Pfeifen. Referee. Wer wird das Spiel pfeifen? Who's going to referee the game? Einen Elfmeter geben. To give a penalty. Der Schiedsrichter gab einen Elfmeter für Engel. Der Schiedsrichter gab einen Elfmeter für Engel. Der Fan. Fan. Nach dem Spiel feierten die Fans einer Teams gemeinsam. Die Fans der beiden Teams feierten zusammen nach dem Match. Wer bekommt? Rekord. Simons stellte einen neuen Olympischen Rekord auf. Simons set up a new Olympic Rekord. Der Erfolg. Success. Brad hatte viel Erfolg als Tennisspieler. Brad had a lot of success as a tennis player. Erfolgreich. Successful. Er ist seit Jahren ungemein erfolgreich. Er hat sehr erfolgreich seit vielen Jahren. Erfolglos. Bitte in 300 Metern rechts abbiegen in den Pfirnheimer Weg. Zara hat mehrere erfolglose Versuche unternommen zu gewinnen. Zara hat mehrere unbezügliche Versuche gewonnen. Bekannt. Well-known. In ihrem Land ist sie eine Bekanntheit. Jetzt rechts abbiegen. She's a well-known athlete in her country. Spannend. Exciting. Das Spiel war bis zur letzten Minute spannend. The match was exciting right up to the last minute. Das Foto. Die Aufnahme. Filter. Ich habe viele Fotos gemacht, als ich in Südafrika im Urlaub war. I took a lot of photos when I was on holiday in South Africa. Fotografie. To take pictures. Ich habe sie hunderte Male fotografiert. I took hundreds of pictures of her. Die Kamera. Der Fotoapparat. Kamera. Seine Kamera ist zwar alt, macht aber ausgezeichnete Aufnahmen. His cameras. Oh, take sexual pictures. Die Digitalkamera. Bitte in 250 Metern geradeaus fahren und der Scharhoferstraße weiter folgen. Ich habe eine Kamera im Internet gekauft. Hannah bought a digital camera on the internet. Der Blitz. Flash. Mach den Blitz aus. Jetzt geradeaus fahren. Turn off the flash. It's bright enough in this room. Das Motiv. Subject. Das Motiv, das ich am häufigsten fotografiere, sind Landschaften. The subject I photograph most is landscapes. Das Spiel. Bitte in 200 Metern links abbiegen und danach wieder links abbiegen in die Kriegerstraße. We usually play games on long train journeys. Spielen. Play. Kinder spielen gern draußen. Children like to play out doors. Jetzt links abbiegen und danach wieder links abbiegen in die Kriegerstraße. Andy verbringt Stunden im Casino und spielt Glücksspiele. Andy spends hours gambling at the casino. Das Glück. Luck. Mit ein bisschen Glück. Jetzt links abbiegen in die Zielstraße. A little bit of luck. You'll win the first prize. Das Pech. Bad luck. Durch ein Tor in der letzten Minute zu verlieren war Pech. Losing by a gold in the Laus mit der Kusik. Bad luck. Bad luck. Bad luck. Bad luck. Bad luck. Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite.